Dieses Wochenende sind alle Augen auf uns gerichtet. Du musst dich ganz besonders anstrengen. Du musst dich ganz besonders anstrengen. Du legst den Atemsektoren hinter dem Soll. Ganz besonders in den Sektoren 2 und 3. Noch zwei Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Musik 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 Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Nicht ganz das, was wir uns ausgerechnet hatten. Startplatz 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind soweit. Wir sind soweit. Das ist das Heimrennen für unser Team. Alle wollen ein gutes Ergebnis sehen. Wir sind soweit. 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 Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. static. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es ist keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du liegst etwas besser, als wir erwartet haben. Pusch weiter! Pusch weiter! Pusch weiter! Pusch weiter! Pusch... Pusch weiter. Pusch auraitérieur iyi. Pusch zurück. . Force India hat Sutil die weicheren Reifen gegeben. Sutil auf weichen Reifen. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Sinn die Lücke zu schließen. Gratuliere! Platz 5! Du bist immer noch Sechster in der Fahrerwertung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017